Und was es noch schwieriger macht in dieser Situation für mich, dass ich keine Lehre mehr anzubieten habe. Meine Lehre ist im Großen und Ganzen eine stille Lehre. Also keine Lehre der Stille, sondern eine Stille Lehre. Das heißt, er spricht normalerweise nicht mehr. Es gibt eine sehr berühmte Zen-Geschichte, die vielleicht einige von euch kennen, über den sechsten Patriarch des Zen. Sein Name war Rui Neng. Und er war in der Küche für den fünften Patriarchen gearbeitet. Und er ging nie zu den Vorträgen des Meisters. Und er wurde gefragt, warum er denn nie zu den Vorträgen des Meisters geht, warum er immer nur in der Küche mit seinem Reis beschäftigt ist. Und er sagte, jede Lehre ist für den Verstand. Ich habe keinen Verstand. Also, was ist dann der Punkt für die Lehre? So, das ist wo auch meine Lehre hingegangen ist. Aber wenn ihr einen Verstand habt, dann denke ich, braucht ihr eine Lehre, so wie ich das auch gebraucht habe. Also, ich muss mir jetzt etwas ausdenken. Okay, hier wir gehen. Normalerweise, wenn wir agieren, wenn wir in der Leben funktionieren, was entscheidet, was wir tun, wo wir gehen? Wenn wir normalerweise im Leben agieren, wenn wir tätig sind, was entscheidet darüber, was wir tun?